Eine der Highlights dieses Tages. Und Sie sehen schon hier zu meiner rechten wunderbare Marine-Uniform. Sieht das nicht klasse aus, oder? Könntest du mal so in die Menge winken hier? In die Menge winken, Marine. Also wenn ich jetzt nochmal anfangen könnte, wenn ich jetzt, ich bin ja 1990 zur Bundeswehr, wenn ich nochmal anfange, ich würde ja zur Marine gehen. Aber auch nur wegen des Anzugs, oder? Also hören wir gleich Marine-Musikchor Wilhelmshaven. Entstanden 2019, also relativ frisch, unter der Leitung vom Fregattenkapitän Propp. Waren wir den Fregattenkapitän? Ist er gerade noch hier? Ich habe keine Ahnung. Doch, doch. Ich habe keine Ahnung. Wir machen das schon. Boah. Vielen Dank. 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 ... Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.